Amen, Gesang und Heilige Spiritus. was voil mit Jesus Christ. Der Herr, Herr Dio, das Herr, der wrote in die Welt, und der Herr, der Herr, und der Herr, den Herr, und der Herr, der Herr. Amen. Amen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos sobre ustedes y nos acompaña siempre. Amen. Amén. Amén.